Aber die Rockmash an der Seite kann direkt hier Sibolo rausnehmen, aber ich denke mal, die Reses, die werden sich lange auf sich warten lassen. Und da kommen sie auch direkt, safe, destruct, aber so und die Leute, Hund nimmt sogar zwei raus von Native Rock. Mit einer großgezogener Seite, der Shedder sitzt auch phänomenal hier von Chester Horizon, aber trotzdem fährt er da und die Pulse auch noch hinterher alles. Oh, die Grabs! Sinoda mit dem Nanoblade und ganzen 3-Kills, ganzen 4-Kills hier, macht den Punkt mal ganz schnell sauber. Die Gegend machen, die Irvingt haben wieder auf 4 Leute, aber die Transplantation im Mix, die sitzt wunderbar, 3-Kills hier von Abaddon. Der Nanopanzer rollt an, die Soundware direkt hier als Gegenwehr, aber Xanyas, tschüss, Amigo, du fliebst komplett in die Luft, Mesa springt nochmal rein mit seinen Mützen. Aber der Double-Kill von Jakob, der nimmt hier die DPS raus, keine Gnade, aber Xanyas mit dem Shedder an, die machen leider Treffen, der Kill ist hier auf den Kopf, die geben Roland, Roland, und da kommt der C9! Was zum Teufel!